Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, heute habe ich euch folgenden Sachverhalt mitgebracht und zwar, ich möchte aus einem Bereich die jeweils drei größten Zahlen miteinander aufsummieren. Also beispielsweise hier in dieser ersten, bei der Playstation als Beispiel, ist das Jahrhundert 98 und 88, das wären die drei größten Zahlen und ich hätte davon gern die Summe. Wie mache ich das? Also, wenn ihr das Video anhalten wollt und selbst ausprobieren wollt, dann tut das gerne. Also, ansonsten zeige ich euch jetzt mal die Lösung, die ich jetzt hier vorschlagen würde und die beinhaltet letztendlich drei Funktionen, nämlich die Summenfunktion, klar, wir wollen ja aufsummieren, dann die k-größte Funktion, weil wir ja die drei größten Werte jeweils automatisch ermitteln müssen und dann noch eine Funktion und zwar die Sequenzfunktion. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Also, ich habe hier schon mal unseren Wert 3 definiert, das kann aber jeder x-beliebige Wert sein. Gibt natürlich Sinn, dass letztendlich der Wert kleiner ist als die Anzahl der, in dem Fall, verschiedenen Spalten, die ich hier drin habe. Aber, wir sagen einfach mal 3 jetzt hier, ich gebe mal auf Start hier und vielleicht formatiere ich das auch noch hier, mache das blau und dann noch ein bisschen weiß. So, okay. Und jetzt fühle ich mal hier hin. Also, die Summe ist gleich und jetzt zunächst mal die erste Funktion. Fangen wir mal innen an mit der quasi k-größten Funktion, also diese hier, gibt ja den k-größten Wert einer Datengruppe zurück. Wenn ich das also ausführe, kann ich eine Matrix angeben und immer daran denken, eine Matrix ist einfach nur ein Bereich. Also, wenn ich zum Beispiel die hier angebe, so, und dann kann ich mein k bestimmen. Hm. Das ist schon mal ein Problem, weil die k-größte Funktion gibt ja nur einen Wert zurück. Wenn ich jetzt also sage, k ist gleich dieser Wert hier und das Ganze dann schließe, was bekomme ich dann zurück? Naja, den drittgrößten Wert, was in dem Fall 88 ist aus dem Bereich. Das ist korrekt. Und natürlich ist das auch wieder dynamisch, das heißt, wenn das jetzt zum Beispiel auf 80 fällt, dann wäre die 81 der größte. Das funktioniert, kein Problem. Aber, wie gesagt, es gibt uns ja hier nur einen Wert zurück. Geh nochmal auf zurück hier. So, dann haben wir wieder die 88. Gut. So, wie bekommen wir jetzt die drei größten Werte? Dafür können wir die Sequenzfunktion verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, in der Funktion, dass wir eben nicht nur den Wert 3 und damit nur einen Wert zurückgeben, sondern das Ganze in die Sequenzfunktion packen, also Sequenz, so, und das Ganze so ausführen. Hier, und dann müssen wir das natürlich auch noch schließen. So, ich nehme das komplett mal, hier, Störung C, kopieren wir das mal an eine andere Stelle, und füge das jetzt mal ganz kurz hier ein, so, damit ich das wieder habe. Und nochmal, ich gehe jetzt wieder zurück, damit das wieder evaluiert wird als Formel. Jetzt führe ich das mal aus. Oder beziehungsweise schauen wir uns doch erst mal an, was das Ganze zurückgibt. Also, ich nehme den Wert mal, nehme das mal, gehe mal auf entsprechend Formeln, und unter Formeln gibt es hier die Option Berechnen. Ich glaube, das ist F9, ja, als Shortcut, aber den kann ich gerade nicht ausführen, weil damit nehme ich auf. So, ich führe mal aus, und ihr seht, jetzt bekommen wir drei Werte zurück. Also, über die Sequenzfunktion gibt uns jetzt die K-Größte nicht nur einen Wert, sondern eben alle drei, weil die Sequenz einfach 1, 2, 3 zurückgibt als Werte. Das heißt, wir haben jetzt hier 100, 98 und 88. Und das stimmt ja, aus dem Bereich sind das die drei größten Werte. Das Ganze ist ein Array, also mit den geschweiften Klammern. Ist auch noch dazu. So, das heißt quasi, ich kann das verwenden, und jetzt kann ich das in die Summenfunktion packen. Weil die Summenfunktion kann Arrays entsprechend handhaben. Heißt einfach, wenn ich das Ganze jetzt hier Summe, hier rein packe, so, dann öffne ich das, dann schließe ich das Ganze, so, und habe ich da noch ein Leerzeichen zu viel? Ja, okay, jetzt passt es wieder. So, jetzt sollte das funktionieren, ich führe es mal aus, und wir bekommen 286. Und wenn ihr das Ganze mal prüfen wollt, naja, wenn ich das aufsummiere, entweder ihr seid besonders gute Kopfrechner, oder ihr schaut einfach mal in der Leiste hier unten nach, wenn das Bruch aktiviert ist, 286 in der Summe. Das passt also. Soweit, so gut. Jetzt können wir ja, eine Sache natürlich noch, wir müssten das fixieren, weil wir die Dreier immer fix haben, ansonsten ist das Ganze hier dynamisch. So, ich führe es nochmal aus, passt soweit. Jetzt können wir das hier runterkopieren, richtig? Das heißt also, wenn ich das runterziehe, so, dann müssten ja die Werte rauskommen. Ich mache es mal, und ich sehe, das Ganze funktioniert, in der Tat, hier beispielsweise, also, was ist das, 89, 76 und 75, das sind die drei, das gibt 240, das ist okay. Aber, ich bekomme zwei Fehler hier, nämlich diese. Warum bekomme ich diese Fehler, und wie behebe ich die? Naja, die Fehler sind natürlich da, weil, ich habe hier eben nur zwei Werte, und das andere sind leere Zellen. Also, da steht auch keine Null drin, sondern die sind wirklich leer. Und das ist das Problem dabei. Weil die Sequenzfunktion, und die k-größte, gibt uns halt jetzt, quasi etwas zurück, was wir nicht brauchen. Also, wenn ich das nehme, hier, so zum Beispiel mal, und mal auf Berechnen gebe, dann sehe ich, bekomme ich diesen Zahlenfehler. Und das führt natürlich dazu, die Summe kann zwar die Werte aufsummieren, aber mit einem Fehler, quasi hier, kann sie eben nicht weiterrechnen. So, lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir jetzt? Also, ganz einfach, wir machen folgendes, und zwar, wir können ja, in Excel, zu jeder Zelle, auch wenn sie leer ist, immer etwas dazu addieren. Und zwar die Null. Heißt also, wenn wir jetzt bei der k-größten, den Bereich hier nehmen, und dann einfach quasi, auf unsere, k-größte Sequenz jetzt hier, die Null darauf addieren. Heißt also, in dem Fall, es zeigt hier, plus Null, also hier hin, plus Null. Heißt also, dass jeder von diesen einzelnen, in dem Fall Zellen, die Null einfach drauf addiert wird, was ja an sich, die Werte nicht ändert. Ich führ es nochmal aus. So, ihr seht, wir bekommen den gleichen Wert wieder vor. Aber, da wir eben Null darauf addieren, heißt das, dass diese leeren Zellen, auch automatisch Null werden. Und damit haben wir wieder eine ganze Zahl, also, die wir aufsummieren können, und eben keinen Zahlenfehler hier mehr. Und wenn wir das jetzt runter kopieren, ich führ es mal aus, so, bekommen wir hier auch die richtigen Werte. Also, 15 plus 66, das kriege ich gerade noch so hin, das sind 81, und das hier sind 102, also hier aufsummiert. Und damit haben wir auch das Problem, mit diesen Zahlenfehler behoben. Ja, das war es dann auf jeden Fall, für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt, könnt das vielleicht auch selbst mal ausprobieren. hier diesen Datensatz. Also, wenn ihr das wollt, kann ich den natürlich hochladen. Die Tabelle ist nur diesmal wirklich so einfach, dass ich das jetzt noch nicht getan habe. Aber wenn ihr das braucht, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte gebt mir einen Daumen nach oben, und bitte abonniert auch den Kanal. Das freut mich immer sehr, und es ist natürlich auch Motivation, noch mehr Videos zu machen. Ja, dann, bis zum nächsten Mal, und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.